Keime und Krankheitserreger gefunden Diese Ergebnisse bereiten Grund zur Sorge, in einigen deutschen Fußballstadien herrschen mangelnde Hygienezustände, für Fans und Profis. Aber das ist nicht das größte Problem. Offenbar steht es um die Hygiene in deutsche Bundesliga-Stadien nicht besonders gut. Laut ARD Radio Recherche Sport ist es im Rahmen von Lebensmittel- und Wasseruntersuchungen in verschiedenen Bundesliga-Stadien zu Auffälligkeiten gekommen. Diese Bundesliga-Clubs sind betroffen. Gesundheitsbehörden in Frankfurt, Köln und Bremen fanden Verunreinigungen, in Lebensmitteln und Getränken sowie im Dischwasser der Fußballprofis. Dem bayerischen Rundfunk sollen die entsprechenden Dokumente der Behörden vorliegen. Im Stadion der Eintracht wurden Legionelle nachgewiesen, insgesamt 27 Befunde in den letzten 10 Monaten. Teilweise lagen diese deutlich über den Grenzwerten, unter anderem im Spieler, Trainer, Sorner, und Schiedsrichterbereich. Die Behörde sieht aber keine Gesundheitsgefahr, weil entsprechende Filter eingebaut wurden. Die Keime können mit dem Wasserdampf eingeatmet werden und zu grippeartigen Beschwerden bis zu schweren Lungenentzündungen führen. Insbesondere in einem Duschbereich waren wiederholt hohe Befunde feststellbar. Da scheint ein generelles Problem zu sein, dass dort sehr gute Bedingungen sind, damit sich Legionellen entfalten können. Vermutlich liegt es daran, dass es sehr lange Leitungen sind, sehr stagnierendes Wasser dann auch auftritt, erklärt Jörg Drohes, Professor im Lehrstuhl für Siedlungswasserwirtschaft der Thu München. Anzeige, jetzt anmelden, 100 Euro Prämie sichern und die Bundesliga tippen. Auch in Glettbach, Darmstadt und Dresden soll es zuletzt Probleme mit Legionellen gegeben haben. In Darmstadt sind die Wasserleitungen laut den Behörden so alt, dass quasi ständig etwas unternommen werden muss, um das Legionellenrisiko so niedrig wie möglich zu halten. Die Behörden fanden in Bierproben Fremdhäfen und koliforme Keime. Die Befunde sollen auf mangelnde Hygiene im Zapfprozess hinweisen. Gefahr für die Fans soll aber nicht bestehen. Die 1. FC Köln ließ sofort alle Bierleitungen umgehend reinigen, als der Verein mit den Ergebnissen konfrontiert wurde. Im Weserstadion soll ein Räucherlachsbrötchen Listerien enthalten haben. Es besteht zwar keine Gesundheitsgefahr, aber die Behörden sehen dringenden Handlungsbedarf, denn die Krankheitserreger können schon in geringen Mengen für Schwangere sowie ältere und immungeschwächte Personen gefährlich werden. Dem Bericht zufolge wurden in der aktuellen Saison 2017-18 in 7 von 18 Bundesliga-Stadien Lebensmittelproben genommen und untersucht, in der 2. Liga lediglich ein Stadion. Liebe Leserinnen und Leser, leider können wir bei bestimmten Themen und bei erhöhtem Aufkommen die Kommentarfunktion nicht zur Verfügung stellen. Warum das so ist, erfahren Sie in einer Stellungnahme der Chefredaktion. Aktuelle Leserdiskussionen und Kommentare finden Sie auf unserer Übersichtsseite.